... Musik ... Mein Name ist Georg Wolfes, ich bin 68 Jahre alt und ich komme aus Ostdeutschland, aus der schonigen Stadt Leipzig. Musik 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 Ich liebe Kreta, weil es mir landschaftlich sehr gut gefällt und hauptsächlich komme ich zum Fischen, zum Schnorcheln hierher. Musik Also ich bin seit 2005 hier, auf Kreta. Ich war im September 2005 hier und da hat mir das Meer so gut gefallen und da habe ich den Plan für mich persönlich gefasst. Ich möchte hier mal Fischen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich mache mit dem Fisch, wenn ich ihn gefangen habe, in der Regel bringe ich ihn zu griechischen Bekannten, die den dann in der Taverne zubereiten oder bei meinen Würzleuten verschenke ich diesen Fisch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020